Ein grüngerber Hahn, ja. So, ein grüngerber Hahn bist du, ne? Guckst du mich mal an? Guckst du mich mal an, du alter Putzer? Guckst du mich mal an? So, alles gut mit dir, ja. So. Jetzt kommst du in die Zeitung, ne? So. Mütze hast du auch, ja? Eine gelbe Mütze. Hallo. Vielen Dank.